Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kickoff zur Analyse von der Zukunft von Jude Bellingham. Denn der steht ja bei Borussia Dortmund noch bis 2025 unter Vertrag und ist ohne Zweifel schon jetzt einer der besten Mittelfeldspieler der Liga. In allen 15 Bundesligaspielen stand der Engländer jede Sekunde auf dem Platz. Er ist der wichtigste Spieler im schwarz-gelben Trikot. Mit 19 Jahren ist ja Bellingham natürlich auch noch unglaublich jung. Vor allem seine Entwicklung sollte im Vordergrund stehen. Nächsten Sommer ist aber ein Abgang ein realistisches Thema. Watzka hat bereits angekündigt nach der WM mit dem Spielergespräch zu führen, wie er sich selber seine Zukunft vorstellt. Will Bellingham gehen, wird die Ablöse sicherlich deutlich über 100 Millionen Euro liegen. Diverse europäische Topklubs sind interessiert. Doch wohin geht's eigentlich für Jude Bellingham? Starten wir mit dem FC Liverpool, der bis hin eine schwache Saison spielt. Auch deswegen soll im nächsten Jahr der Kader umgebaut werden. Jude Bellingham kann dabei eine zentrale Rolle spielen. Jürgen Klopp und Liverpool-Besitzer Mike Gordon haben vor kurzem wohl auch über mögliche Transferziele gesprochen und wollen zur Attacke blasen, mein BVB-Youngster. Das zentrale Mittelfeld mit Thiago, Fabinho, Henderson und auch Milner soll auch dringend aufgefrischt werden. Auch aufgrund des hohen Altersdurchschnitts. Demnach sind die Reds auch bereit für den englischen Mittelfeldspieler bis zu 100 Millionen Euro zu zahlen, wie man so hört. Andere Klubs könnten da finanziell sicherlich weitergehen. Rein sportlich, finde ich, kann das aber eine super passende Geschichte sein. Auf Anhieb wäre er Stammspieler in einer harten Liga, wo man sich sicherlich erstmal dran gewöhnen muss. Spielerisch passt auch seine Art vom Fußball sehr, sehr gut zur Art des LFC. Und on top hätte er damit Jürgen Klopp einen Coach, der genau natürlich solche Spiele auch besser machen kann. Bedingung ist natürlich das Erreichen der Champions League. Und dann hat Liverpool eine realistische Chance bei Bellingham. Möglicherweise geht Jude Bellingham aber den gleichen Weg wie Jadon Sancho von Borussia Dortmund zu Manchester United. Bereits vor seinem Wechsel ins Ruhrgebiet wollte United Bellingham unbedingt haben. Und jetzt soll die ganze Geschichte nachgeholt werden. Und auch wenn die Red Devils große Konkurrenz haben, sei man sich wohl sicher eine Chance zu haben. Vor allem finanziell ist natürlich was drin. Dortmunds Forderung liegt ja wohl bei ca. 150 Millionen Euro. Und wie man hört, würde Man United das auch zahlen wollen. Rein sportlich rechne ich aber United nur Außenseiterchancen zu. Zwar spielt man aktuell mit auch um die Champions League. Aber durch die jüngere Vergangenheit will sich das sicherlich zweimal überlegen, ob United wirklich der richtige Schritt ist. Vor allem beim Blick auf die Konkurrenz und andere Möglichkeiten, die sich hier einfach ergeben. In diesem Video ist aber auch eine Frage ganz wichtig. Gibt es denn eigentlich auch die Option, dass der BVB seinen Superstar zumindest mal ein weiteres Jahr bis 2024 halten kann? Und hier ist die schnelle Antwort, ja die Option gibt es, aber es wird unglaublich schwer. Denn grundsätzlich ist es ja für so einen jungen Spieler erst einmal nie verkehrt, lieber nochmal ein Jahr beim Verein zu bleiben, an dem man auch einfach extrem gut gefördert wird. Vor allem bei möglichen Formen Schwankungen, die in diesem Alter halt normal sind. Bei anderen Klubs, bei größeren Klubs, wird es aber dann vielleicht schon schnell mal auf die Bank gesetzt, was dich eben dann in eine Entwicklung zurückwirft. Trotzdem muss sich der BVB extrem strecken. Die Champions League Qualifikation ist auf jeden Fall Pflicht, sonst muss man hier auch gar nicht weitersprechen. Schafft man das nicht, ist Bellingham so oder so weg. Ansonsten sollte man Champions League spielen, muss sicherlich das Gehalt deutlich erhöht werden. Sprich, er würde mehr verdienen. Außerdem kann eine hohe Ausstiegsklausel, die ihm dann zwischen 100 und 150 Millionen Euro liegt, für beide Seiten natürlich attraktiv sein. Möglicherweise vielleicht auch für Jude Bellingham die Kapitänsbinde, wenn das für ihn ein Anreiz ist. Deswegen als kurzes Fazit zum BVB. Es gibt Chancen, ihn zumindest noch ein Jahr zu behalten, aber es scheint schon eher unwahrscheinlich zu sein. Auch weil Bellingham einfach jetzt schon so stark und eben auch konstant stark ist. Blicken wir jetzt aber mal nicht nach England, sondern nach Spanien, besser gesagt zu Real Madrid. Dort wird nämlich das zentrale Mittelfeld peu a peu umgebaut. Kasimiro ist weg. Kroos und Modric werden nicht jünger. Chouamini, Valverde und Kamavinga sind die Zukunft. Möglicherweise dann auch mit Bellingham. Der Spieler selbst kann sich einen Wechsel zu den Königlichen gut vorstellen, wie verschiedene Medien berichten. Auch Real-Boss Florentino Perez hat den Transfer abgesegnet und der Engländer steht ganz oben auf der Wunschliste. Meiner Meinung nach ist hier aber die Frage, ob der Zeitpunkt im nächsten Sommer zu Real zu gehen wirklich der richtige ist. Da könnte es eben vielleicht nicht schaden, wenn er unbedingt dahin wollte, erstmal noch ein Jahr in Dortmund zu reifen. Denn das Real-Mittelfeld ist zumindest aktuell noch herausragend besetzt, sowohl in der Breite als auch in der Tiefe. Sollten aber Kroos und Modric irgendwie aufhören oder nochmal woanders hingehen, dann wäre das natürlich ein Mega-Mittelfeld der Zukunft mit Bellingham. Ansonsten wäre hier die Konkurrenz sicherlich mit am größten für den Dortmunder. Da muss er sich erstmal richtig durchsetzen. Klar, Valverde kommt eher über den Flügel. Aber sollten dann eben Kroos und Modric noch bleiben. Zudem Schouamini und Kamavinga da sein. Plus Valverde als flexiver Mittelfeldspieler wird sich Bellingham wahrscheinlich erstmal hinten anstellen müssen. Da wäre es natürlich schon leichter, erst dann dahin zu gehen, wenn eben Kroos und Modric aufhören bzw. gehen sollten, dass er da als klarer Nachfolger kommt. Da ist halt wirklich die Frage des Timings. Kommen wir zum fünften Klub. Und der darf bei jedem teuren möglichen Transfer erst recht nicht von einem Engländer fehlen. Und das ist Manchester City. Der Tabellenzweite der Premier League ist wohl schon davon überzeugt, das Rennen um Jude Bellingham's Dienste zu gewinnen. Klar, auch weil man rein finanziell keine Probleme haben wird, diesen Deal zu stemmen. Erling Haaland ist natürlich da mit seinem hohen Gehalt, Beratergebühr und so weiter und so fort grüßen. Pep Guardiola schätzt Bellingham einem Sun-Bericht zufolge auch schon so stark ein, dass er glaubt, der Youngster könne eines Tages in Kevin De Bruyne's Fußjumpfen treten. City hat auch aktuell eben nicht diesen typischen Box-zu-Box-Mittelfeldspieler. Bellingham würde damit auch schon jetzt das Spiel von Guardiola flexibler gestalten. Zudem ist Man City rein von den Spielern schon deutlich besser und weiter aufgestellt als Liverpool oder auch vor allen Dingen Manchester United. Bellingham wäre hier ein weiteres Mega-Puzzleteil. Er käme rein in eine funktionierende Mannschaft, hätte direkt die Chance, die großen Titel eben mit diesem Team anzugreifen und wäre dann eben ein Spielertyp, den man so noch nicht da hat und der sicherlich dann auch ordentlich Spielzeit bekommt. Kommen wir zum Fazit der Frage, wohin geht's für Jude Bellingham? Und auch wenn erstmal alle Dorbwunder hoffen, Bellingham bleibt an Bord, glaube ich an einen Abgang im Sommer. Für eine Summe über 100 Millionen Euro, möglicherweise dann eben circa 150 Millionen. PSG, Bayern und Barca sind wohl nicht im Rennen bzw. kein Thema für Bellingham. Neben meinen genannten Klubs wird auch immer wieder Chelsea genannt. Ein Wechsel nach England scheint aktuell am realistischsten zu sein. Ich tippe Stand heute auf Liverpool oder Manchester City. Und jetzt seid zu guter Letzt noch ihr gefragt. Was denkt ihr, wo geht die Reise hin für Jude Bellingham? Bleibt er vielleicht doch noch ein Jahr beim BVB? Schreibt das mal gerne in die Kommentare und schreibt noch gerne weitere Spieler vor für dieses Format. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal.